Herr, ich glaub ich würde das Kaff nennen. Kaff, ist auch ein guter Name. Von der Fernsehsendung vor allem. Das würde ich dann zwar nicht gucken, weil mich der Name so ein bisschen abschreckt, aber... Ich würde auch Kaff schon nicht gucken. Läuft das Wasser überall durch? Ja, geil. Ich bin so gut. Junge, ich kann mir auch einen Schneemann bauen. Junge, ich bin doof. Schneemann. Wie baut man eigentlich so einen Roboter? Äh, mit Eisenblöcken. Eisenblöcke brauchst du wieder. Zwei Eisenblöcke und oben so ein... Vier Eisenblöcke. Vier. Vier Eisenblöcke? Ja. Das dritte ich nicht ein. Nee, ich auch nicht. Fühl ich alles schon wieder... Alter, aber was habe ich heute mit Ritzen und Löchern? Das gibt's auch nicht. Du hast es echt mit Ritzen und Löchern. Ich finde den Scheiß hier immer. Können wir gleich hier aufhören? Ich bin irgendwie... ...am einschlafen. Nicht gut. Nee. Außerdem habe ich das auch genug, um meine externe Festplatte brennen. Musst du mit mir... Musst du löschen drücken. Dschungelaufzug machen. Und einmal Wasser fließen lassen, so. Ey, ey, ey. So, man schicken. Ich glaube, es sollte genug sein, habe ich die Woche auch genug zu arbeiten. Wir arbeiten. Arbeiten? Du arbeitest? Äh. Cool. Für ein Bestattungsunternehmen. Cool. Oh, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Einen Ofen. Brauche ich nicht. Wohl. Hm. Ich kann nicht das machen. Gute Frage. Nächste Frage. Oder mache ich mal so? Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Wenn ich da ein invertetes Signal rein, dann kriegen die alle Strom. Und jetzt... Oh, mein Gott, das ist ein Creeper. Gebe ich Strom. Und jetzt... Juhu, schon wieder eine Ritze. Ich hasse Runde. Die Viecher sind so feige. Die greifen nicht mal Creeper an. Das sind Schneemänner viel tougher. Die greifen einfach alles an. Erbarmungslos. Vielleicht den hier wegklöppeln? Alter, fließt ja immer noch Wasser. Ja, verstehe. Ich weiß noch warum. So, jetzt soll es aufgehört haben. So, jetzt ist alles... Ich habe gerade einen Zombie-Spawner gesehen. Okay. Ich glaube, meine Erntemaschine ist zur Hälfte fertig. Mehr als die Hälfte. Okay, wollen wir uns dann ja von unserem Publikum verabschieden? Nein, das ist doch gerade so schön. Ne, finde ich nicht. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen... Höhlen-Depressiv. Ich bin benebelt. Höhlen-Depressiv. Höhlen-Depressiv. Wir sind doch gar nicht in einer Hülle. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Im Ernst. Also ich stimme, kann die noch weiter zocken, aber... ...wenn ihr... Da ist der Mittelkanal. Wollen wir jetzt aufhören? Ich bin irgendwie auch nicht mehr so... Ja, nein. Ich weiß nicht. Vielleicht. Was? Ich bin eigentlich nicht dafür, dass wir aufhören, aber... Ich auch nicht. Aber... Wenn der Meister sagt... Ich bin nicht der Meister, aber irgendwie... Ja gut, du müsstest der, der aufnimmt, also indirekt schon. Ja. Aber irgendwie, naja, ich weiß nicht so. Irgendwie will ich aber irgendwie auch nicht mehr. Du brauchst was zu tun. Ich brauche gerade meine Erntemaschinen, aber irgendwie... Ich glaube, wir haben schon zwei Stunden aufgenommen und... Und wir wollen mir auch nicht so viel Arbeit antun die Woche. Und bisher, jetzt passiert doch sowieso gerade gar nichts mehr. Doch, wir... Ja, Splitscreen... Wir brauchen Splitscreen, glaube ich. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Ja, aber selbst wenn wir Splitscreen haben und ich dann raus... Aussteige, ist ja auch scheiße. Das will ja auch keiner sehen. Das ist dann blöd, wenn ich dann nicht... Nee, ich meine nur insgesamt. Dann kann man sich ja auch... Kann man ja auch sich aussuchen, was man dann gerne gucken möchte. Wem man bei seiner Reise dann... Splitscreen oder Multicam? Keine Ahnung. Das ist wie dasselbe? Nein, Multicam ist ein Mix aus verschiedenen Kameraperspektiven. Das heißt, du mix... Ich wäre für Splitscreen eigentlich. Ja, ja. Splitscreen bei 3 ist aber ein bisschen schwerer sogar noch zu arrangieren. Ja, es war ja schon die Diskussion, dass es wahrscheinlich sowieso noch mit 2 geht. Wenn wir da bei Penny nicht... Ja, ich muss mal gucken. Ich kann ja... Ich kann ja meinen PC auf meinen PC Minecraft und so hauen. Dann müsste das eigentlich funktionieren, auf meinen PC. Oder... Es könnte auch funktionieren, wenn wir das auf 720p laufen lassen. Also auf... Nicht Full HD. Aber Full HD ist doch viel besser. Ja, logisch. Es kommt doch eh keiner in HD. Nee. Also ich nicht mit meiner Internetverbindung. Das braucht einfach viel zu lange, um HD zu laden. Bei mir zumindest. Ich gucke immer auf 360 Pixeln oder so. Boah, was habe ich dir gemacht? Boah, so dumme Hunde, ne? Da könnte man sich tagelang drüber aufregen. Mach doch. Boah, ich habe schon wieder eine Wüste gefunden. Ich finde nicht, ja. Das ist wahrscheinlich sogar die gleiche Wüste, nur von der anderen Seite. Kann auch sein. Nichts ist unmöglich. Ich bin gerade am Ende schon wieder von diesem Dschungel. Es gab hier leider keinen Tempel. Boah, ich bin so intelligent. Ne? Bin ich das? Ja, bin ich. Geil, Vogel. Oh mein Gott, es wird Nacht. Ich habe Angst. Wird jetzt Nacht im Spiel oder Nacht in deinem Leben? Im Spiel. Beide. Ja, irgendwie auch so, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was sich noch wegschmeißen soll. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ich sterbe, ich sterbe vor Langeweile. Was brauchst du denn die ganze Zeit? Ich? Nee, Bodo, warum musst du dann dauernd was wegwerfen? Ja, ich bin die ganze Zeit unterwegs und finde, was weiß ich, tolle Sachen, Kürbis und sowas, und hab die ganze Zeit keinen Platz mehr. Das regt so ein bisschen auf. Oh, ich habe noch einen coolen Teil der Welt gefunden hier. Da sind überall so eine riesigen Berge. Und ich habe ein NPC-Village gefunden, ein zweites. Schön. Noch eins? Ja. Oder das ist ein anderes? Das ist geil, ich habe immer einen Diamantschert weggeworfen. Oh. So, wenn du das nicht mehr haben möchtest, kannst du es mir geben. Ich nehme es gern. Nee. Ich finde sie, vom Design bei Janina Craft sieht das Steinschwert am coolsten aus. Naja. Ich benutze ja keinen Janina Craft. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Welches benutzt du denn? Ich benutze Swagspure Biddy Craft. What the fuck? Ach, dieses Komische da, mit diesem fünfeckigen... Fadenkreuzler, oder? Leckt mich, das funktioniert nicht. Ja. Nee, keiner fand ich ein bisschen komisch, irgendwie. Ich finde das ganz cool. Wobei ich mir auch mal überlegt habe, das zu holen. Einfach um eine größere Auswahl dann zu haben. Kabumm. Ja, tut mir leid, liebe NPCs, ihr habt nur noch ein halbes Haus. Oh nein. Komm raus, Wasser. Ich wusste gar nicht, dass man Sandstone-Stairs bauen kann. Ja, ist jetzt auch neu. Ja, wusste ich auch nicht. Sandstein-Stufen. Mit ihren großen Hufen lassen sich nicht rufen. Genau. Nee, der war doch richtig gut, Alter. Vor allem, ich weiß zwar nicht, was Mufen ist, aber... Steinstufen. Steinstufen. Mit ihren Hufen. Lassen sich nicht mufen. Was ist mufen? Rufen. Ach, rufen. Ja, dann sag das doch. Ja, hab ich. Jetzt sag nicht, hab ich doch. Ja, hab ich, aber... Hast du nicht. Oh, irgendwas kann ich nicht. Ich schreibe auch nicht vor. Oh, komm, ich muss jetzt nicht... Marvin, du kannst dich ja zu mir porten, wenn du Action suchst. Nee, ich will gerade gar nicht mehr spielen. Jetzt kommen die Steuereintreiber. Drei Zombies vor einer so einer Haustür von diesen NPCs, ey. Oh, ja. Das sagt richtig heftig aus. Bitte, bitte, ich kann nicht mehr. Ja, dann machen wir... Ah, Creeper. Ja, ich würde ja gerne noch, aber irgendwie... Ich bin irgendwie so, so... Ich bin so ganz bei der Sache. Hey, hier kannst du für sieben Smart dein Ende-Auge kaufen. Echt? Ja. Geil, wusste ich gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Ist ja ein ganz schönes Verlustgeschäft, glaube ich. Nein. Nicht? Ich weiß nicht mal, was man für Ende-Augen braucht. Eine Ende-Perle und irgendwas anderes. Und irgendwas aus einer Festung, glaube ich. Ja, los, komm, lass mal schlafen. Ja, dann musst du schlafen und wir müssen dann beide kurz raus. Nee, ich kann auch schlafen. Ja, dann schlafen wir schnell. Dann gehe ich kurz raus und ihr könnt jetzt pennen. Ja. Und schon wieder Facebook. Und ich noch nicht. Nee, 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 das war das Gleiche. Ach so. So wollen wir denn jetzt Tschüss sagen. Wir können ja auch am Wochenende vielleicht nochmal spielen und weitermachen. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Also, bei mir ist es die ganze Zeit schon nicht schön, weil ich in irgendwelchen Wäldern und so rumlaufe. Bei mir auch nicht so nicht. Es wird auch nicht schöner bei mir. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass... Ja, wir müssen jetzt aufhören, aber auch nicht mal reinzugehen. Ja, gut, okay. Dann verabschieden wir uns. Wünschen euch einen schönen Tag. Und... Oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Falle... Schlafhult, seid nett zu euren Eltern, hört immer, was sie sagen, geht rechtzeitig ins Bett, putzt euch immer die Zähne... Und wascht euch die Hände nach dem Klobesuch. Ja, und vor dem Klobesuch auch. Bleibt schmeidig. Okay, bis dann. Tschüss.